Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top 5 hier auf Football Bromance TV. Heute die Passrusher. Top 5 Passrusher an meiner Seite, wie immer, der Top Passrusher aus Deutschland. Herr Werner. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Warum klingst du so komisch? Ich habe was Schönes für dich. Wir müssen erstmal den Bromantikern erklären. Im Mockdreer haben wir viele Nachrichten danach bekommen, was ist denn ein Edge Rusher? Die Edge Rusher sind Passrusher, deswegen müssen wir erstmal ein bisschen erklären. Es gibt in verschiedenen Fronten in der Defense verschiedene Edge Rushers. In der 4-3 sind die beiden äußeren Defense Edge Rushers und in der 3-4 sind die beiden äußeren Linebacker, die runterkommen an die Liner Skimmig, die Edge Rushers. Und weil du ja immer meine Zeichnungen liebst. Ich habe was gemeint für euch. Guck dir mal, guck dir mal, du musst runtergucken in die Kamera. So Leute, hier unten ist die Offense. Hier ist die Defense. Man sieht das gar nicht richtig. Doch, die Kamera, die Leute werden das sehen auf YouTube, pass auf. Hier ist der Defensive Ant, Defensive Tackle, Nose Tackle, Defensive Ant. Vier Leute, 1, 2, 3, 4, sind unten an der Liner Skimmig. Drei Linebacker sind dahinter, 1, 2, 3. Deswegen nennt man das eine 4-3. Warte. Noch eine Sekunde. Mach. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich glaube, das macht es viel, viel. Das nennen wir jetzt eine neue Kategorie. Malen mit Werner. Malen mit Werner. So. Hier haben wir einen Outside Linebacker. Edge Rusher. Ein Defensive Ant in der 3-4. Das sind eigentlich so Defensive Tackle Körpergrüßen. Also die dickeren Defensive Ants. Der Nose Tackle. Der Kühlschrank in der Mitte. Und dann noch ein Defensive Ant und dann noch ein Outside Linebacker. Heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 2 hinten. Der eine von den Edge Rushern ist aber meistens immer einer, der rausgeht hier auf der Seite, wenn der Receiver da draußen ist. Deswegen ist der nicht immer an der Liner Skimmig, aber er wird auch als Edge Rusher genannt. Deswegen nennt man das eine 3-4. Weil 1, 2, 3 Defensive Liner und 4 Linebacker. 1, 2, 3, 4. Und die im Kreis sind die Edge Rusher. Deswegen im Draft, weil viele Colleges Systeme unterschiedlich sind und auch in der NFL verschiedene Defensive spielen, nennt man das Edge Rusher, die Pass Rusher. Und dann haben wir noch die Defensive Tackle in der Kategorie. Da müssen wir aber das nächste Mal auch nochmal, kannst du denn nächstes Mal über Sub-Package sprechen, wo dann die Pass Rusher, die 3, 4 Pass Rusher fast Defensive Ants werden? Aber egal. Weißt du was? Ich glaube, wir machen eine Playlist und gehen mal ein bisschen in die Taktik. Wir müssen Taktik Talk machen. Wir müssen nur einen Weg rausfinden, wie wir das hier richtig hinkriegen mit so einem Whiteboard, wenn wir so einem Splitspeed sind. Aber das kriegen wir schon hin. So, let's go. Du fängst diesmal an. Top Pass Rusher im NFL Draft ist, der erste ist simpel. Es ist Chase Young. Obwohl, weißt du was? Ich glaube, fang du mal an. Never change a winning team. Fang mal an. Okay. Okay. Du bist heute der Lama-Lau. 1,95. Ich gebe alles. 120 Kilo. Ihr habt, auch wenn ihr die NFL nicht so krass verfolgt in der Off-Season, ihr habt schon mal den Namen Chase Young gehört. Jeder weiß, er ist der Nummer 1 Defensive Spieler. Da kommen ja ein paar Leute, habe ich auch schon gelesen. Nein. Jeff Okuda ist der Nummer 1 Defensive Spieler. Nein. Hört auf. Wenn ihr den besten Pass, nehmt den besten Pass Rusher in der NFL, wer auch immer das ist, und den besten Cornerback, du nimmst immer die Pass Rush Position, weil der ist einfach ein Game Changer für deine Defense. Deswegen Chase Young, der beste Defensive Spieler im ganzen Draft. Und wir brauchen nicht viel drüber reden. Kennst du den Film Predator? So sieht der aus. Größer als alle andere. Gebaut wie alle andere. Gebaut wie alle andere. Muskulöser wie jeder andere. Der hat die Dreadlocks. Der erinnert mich ganz einfach an den Film Predator. Diese Monster-Lama. Leute, jetzt habt ihr es. Der Typ ist der Beste. Der hat Dreadlocks. Also wenn ich ein Offense-Liner bin und ich stehe dem Typen gegenüber, dann werde ich ein bisschen nervös. Bin ich ganz ehrlich. Elite, Size, Länge, was wir alles gesagt haben schon. Was ich aber an ihn liebe, pass auf, was ich an ihn liebe, bleib ruhig, bleib ruhig. Sein Get-Off. Wir haben öfters mal in der Sendung drüber gesprochen. Was ist ein Get-Off? Liebe, Antizipation von dem Snap. Wenn der Snap, guck mal, der Defensive-Liner kennt den Snap-Count nicht. Set-Hat oder Set-Hat-Hat auf zwei, auf drei, kennen wir nicht. Oder Hat-Hat-Hat oder Silent-Count, die sagen gar nichts und die snapen einfach. Aber er reagiert so schnell und hat so einen schnellen Get-Off, dass er immer den Offensive-Tackle eigentlich schon geschlagen hat im Pass-Rush, weil der Offensive-Liner sich seine Hüften öffnet. Das ist schon wieder zu viel, aber sein Get-Off ist unglaublich und es wird ihm mega helfen, weil er so athletisch ist, weil er so eine Körpergröße hat und so ein Get-Off gewinnt er so viele Pass-Rush einfach mit seiner Natural-Ability, einfach was er gerade hat mit seinem Talent. Mit seinem natürlichen Talent. Genau. Und gegen den Lauf jetzt mal ganz kurz, was er sehr, sehr gut macht, wenn der Offensive-Liner ihn blockt und er packt seine Hände rein, also Chase Young packt die Hände rein und er sieht, der Running-Back will gerade an ihm vorbei in sein Gap oder außerhalb seines Gap und er will zum Ball-Carrier-Beiträger-Rennen. Er ist sehr aggressiv in seinem Chat. Das Chat heißt einfach, sich lösen vom Block, boom, brutal, weg von ihm und zum Beiträger-Rennen. Das macht er sehr gut im Lauf. Sehr produktiv, 30,56 in drei Jahren. Wie er immer auf seine Notizen schielt. Ja, ich muss, ey, ich hab hier, ich hab hier richtig... Mach weiter! Das kann ich mir gar nicht alles merken, man. Das kann ich mir alles gar nicht merken. So, pass auf. Eine Sache, wo ich vielleicht sage, okay, auf dem nächsten Level, wir haben drüber gesprochen, auf dem nächsten Level muss man auch den nächsten Schritt machen. Seine Pass-Rush-Move sind noch nicht auf dem Elite-Level wie natürlich die ganzen NFL-Superstars, die man kennt, wie Vaughn Miller, wie Chandler Jones. Die brauchte er gar nicht, weil er einfach so dominant war mit seiner Körpergröße, mit seiner Länge, mit seiner Geschwindigkeit und seinem Get-Off, dass er einfach die durchschnittlichen Tackles im College, die ja auch gute Tackles sind, aber trotzdem einfach schlagen konnte. Deswegen Chase ist ja eine ganz klare Nummer 1. Bin gespannt, er erinnert mich ein bisschen an Jadarion Clowney, was er einfach hat von ja, von Natur aus. Mich erinnert er ein bisschen an, wie hieß der noch, von Florida State? Werner hieß der, glaube ich. Ja. Achso. Mit den Dreadlocks und dem Get-Off. Ja, du hast alles, du hast alles gesagt. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Auch ich habe mir aufgeschrieben, insane Get-Off. Wenn ich ihn sehe und auch ihn als Athlet sehe, der sieht aus wie ein riesiger Safety oder wie ein riesiger Cornerback, der Defensive End spielt. Von seinen physischen Gegebenheiten ist er einfach ein Skill-Position-Player im Groß, der Defensive End spielt. Und sowas sieht man nicht so oft, deshalb klar der Nummer 1 Defensive End oder der Nummer 1 Edge-Player. Die Nummer 2, jetzt bin ich ja dran, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, sage ich ganz ehrlich, weil jetzt kommt es darauf an, was brauchst du? Brauchst du einen Outside-Linebacker, einen Jack-Linebacker in der 3-4? Oder brauchst du einen Defensive End in der 4-3, einen klassischen Defensive End? So, deshalb habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil auf der 2, wenn du einen Outside-Linebacker brauchst, der auch vielleicht droppen kann, nimmst du wahrscheinlich Calevon Chasern von LSU, der echt ein Freak-Athlete ist. Wenn du einen 4-3 Defensive End willst, glaube ich, und ich habe jetzt gesagt, was will ich? Dann nehme ich tatsächlich Jeter Gross-Mathos von Penn State. Der junge... Ja, und ich sage dir auch, warum. Der hatte seine Production 9,5 Sex, ist nicht schlecht, ist jetzt nicht Double-Digit Sex, aber wenn du dir den Typen anguckst, was der mitbringt, und wie gesagt, das ist jetzt ganz persönlich, weil ich bin kein 3-4-Defense-Liebhaber, sondern 4-3-Defense-Liebhaber, dann nehme ich den auch über Epenensa, oder wie heißt der, Epenisa, nehme ich den drüber, weil der einfach so viel Potenzial hat, der hat lange Arme, lange Arme, lange Beine, nicht zu lang, da komme ich noch später darauf zurück, warum zu lange Beine auch nicht gut sind, und vor allem, wenn du so lange Extremitäten hast, ist es wichtig, dass dein Unterkörper immer noch kompakt und dick ist, dass du nicht so dünne, lange Stocherbeine hast, weil wenn die unten kompakt sind, kannst du immer noch, ja, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen bei den Tackles, wer ist ein Waistbender, wer knickt an der Hüfte ab und wer in den Knien, Grossmatos hat alles, was du brauchst, um ein richtig, richtig guter Defensive-Land in der NFL zu sein, man sieht bei der, wie groß ist er, 6'5, 265 Pfund, 1'95, 96, 100, was, 25, 23 Kilo oder sowas, Production war gut, der ist noch sehr roh und der ist so ein Longstrider in seinem Passrush-Move, macht dann manchmal zu große Jab-Steps und dann ist sein Inside-Move zu langsam dadurch, das sind Footwork-Geschichten, die, glaube ich, die sind, was habe ich hier noch, ach so, guck mal, Quicks und Power, inconsistent mit Quicks und Power, so, Speed-to-Power-Transition ist slow, was bedeutet das, wenn er mit dem Speedrush nicht durchkommt, weil der Tackle hat einen guten Pass, bis er dann scheitert und sagt, okay, jetzt muss ich zum Bullrush gehen, das dauert, da sind andere viel schneller, aber das sind Sachen, die du coachen kannst, ansonsten der Typ, eine Rakete, was das Potenzial betrifft, deshalb, für mein Empfinden, wäre er der Nummer 2 Defensive End auf dem Board, klar ist er ein Boom- oder Bust-Potenzial, aber ich glaube, der ist eher Boom als Bust. Okay, ich bin aber voll bei dir, weil ein Chase Young ist eine ganz klare Nummer 1 und keiner von den anderen kommt irgendwie nah ran, bei mir ist 2, 3 und 4, kommt wirklich drauf an, wie du es gerade gesagt hast, ich habe gerade nur ein bisschen Drama reingepackt, die kannst du echt austauschen, kommt drauf an, wo du gerade draftest, welches Team draftet, 3-4, 4-3 und noch gleich kommt auch noch was ganz anderes dazu. Ich bin jetzt einfach mit meinem Draftboard runtergegangen, was ich beim Mock-Draft 2.0 hatte und ich denke, der nächste Defensive End, Pass-Rusher, Edge-Rusher, Outside-Linebacker, der von Board geht und keiner von den Zweiten geht in der Top 15, wenn du mich fragst. Chase Young wird der einzige Pass-Rusher, Pass-Rusher sein, Edge-Rusher, der in der Top 15 geht. Alle anderen wären fein zur zweiten Hälfte, was immer noch sehr gut ist, aber normalerweise sieht man mehrere Leute so in der Top 15 jedes Jahr. Aber bei mir ist es, die Nummer 2 ist, ich gehe mit Calevon Chase on, weil ich war auch erst, wo ich mir das Oberflächlich angesehen habe, die Statistiken, er hat nicht viel gespielt und dann dachte ich mir so, uh, warum hiken die ihn alle so ab, ne? Also so hoch, weil der hat einfach dieses unglaubliche Potenzial und die natural, natürliche, was sagst du, natural ability, wie hast du das schön übersetzt? Äh, natürliche was? Fähigkeiten, natürliche Fähigkeiten. Ja, gottgegebenen Fähigkeiten, sagen wir mal. Wenn du ihn, wenn du ihn einfach anguckst, guckt euch den Game-Taper an, guckt euch nicht die Highlights an. Er ist einfach ein Athlet, das kannst du einfach nicht beibringen. Er hat wunderschöne Größe für so einen Outside-Linebacker, drei, vier Outside-Linebacker, wie wir es gerade besprochen haben. Bei LSU hat er auch diese Position gespielt. Er hat immer aus seinem Zwei-Punkt-Stand, also er hat seine Hand nicht runter auf den Boden gepackt. Heißt, er ist eigentlich schon, er hat die Erfahrung von einem 3-4 Outside-Linebacker. Viele, viele NFL-Teams wollen eigentlich dorthin, ne? In diese 3-4, weil daraus können sie einfach viele Looks kreieren. Okay, LeVon Chason ist einfach, das habe ich mir aufgeschnitten, das hast du letztes Mal gesagt schon, bei LSU kriegt der mit dem höchsten Charakter oder besten Charakter einfach hart arbeiten, einfach wie auch immer die Nummer 18. Die hat in diesem Jahr bekommen. Das hast du letztes Mal im Mockdreff schon erzählt. Das zeigt einfach für mich als NFL-Scout, okay, riesenrote Red Flag kann ich schon mal wegnehmen. Wir wissen, da ist keine Charakter-Probleme, ne? Dann einfach sein Speed ist unglaubliche Stärke bei ihm, einfach in jede Richtung und du siehst einfach, wie natürlich er sich bewegt. Ob das nach vorne ist mit seinem Get-Off, ob das zur Seite ist, ob das nach hinten ist. Hier sind ein paar Probleme, weil, was hast du gerade gesagt, Boom or Bust, er ist in der perfekten Kategorie, Boom or Bust. In seinem zweiten Jahr, ersten Junior, also er hat drei Jahre jetzt gespielt, im ersten Jahr hat er nicht viel gespielt, im zweiten Jahr hat er sein Kreuzband gerissen und jetzt im dritten Jahr war er nicht so produktiv, eigentlich wie andere Kandidaten in der ersten Runde. Er hat nur 6,5 Quarterback-Sacks gehabt. Trotzdem ist er so hoch auf jedem Draftboard bis jetzt, weil einfach, du findest so einen Athleten nicht auf dieser Position. Das ist einfach so. Und was ist bei ihm noch ein Problem? Gegen den Lauf ist er nicht der Beste, wenn du mich fragst. Er wird ja erstmal zwei, drei Jahre brauchen. Aber ich kann ihn sehen, Brian Burns, Carolina Panthers, direkt rein, Sub-Package, wie du es erklärt hast, wenn es ein Passing-Down ist, packst K.O. Levan, Chase on rein als deinen dritten Pass-Rusher oder in deiner Sub-Package deinen zweitbesten Pass-Rusher und packst die besten Pass-Rusher aufs Feld. Und deswegen ist er so attraktiv, weil er kann zum Quarterback kommen. Er muss aber noch sehr, sehr viel üben an seiner Technik. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird das Coaching ihm sehr viel helfen. Sehr hohes Potenzial. Deswegen denke ich, K. Levan Chase on wird sehr attraktiv sein in der ersten Runde. Wer ist deine Nummer 3? Nee, er ist meine Nummer 2. Ich habe doch noch gar keine Nummer 3 gemacht. Jetzt komme ich zur Nummer 3. Da habe ich doch gesagt, wer ist denn deine Nummer 3? Ach so. Jetzt ist meine Nummer 3. A.J. Epeneser von Iowa. Hier ist das Problem, warum er gefallen ist bei so vielen. Ein sehr schlechtes Combine. Es hat mir nur noch 5-0, 5 gelaufen, 17 Mal die 100 gedrückt. Wenn du 175 Zentimeter groß bist und 125 Kilo wiegst, das ist nicht gut. Moment, der ist hoffentlich nicht 175 Zentimeter groß. Nein, nein, 195. Du hast gesagt, wenn du 175, 1,75, 125 Kilo. Nein, er ist 1,95, 125 Kilo. Aber ich habe mir das jetzt angeguckt. Ich habe das Spiel gegen Michigan geguckt. Der Typ ist auch noch so roh, aber so produktiv. Im ersten Jahr Ersatzspieler. Pass auf, im ersten Jahr war er Ersatzspieler, war der Sackleader. Boom. Zweiten Jahr wieder, boom. Sackleader. Dritten Jahr noch produktiver. Es ist unfassbar, was er in den drei Jahren dort gemacht hat. Die Länge ist da. Und hier ist, warum ich ihn an meiner dritten Stelle habe, weil wir haben darüber gesprochen, da werden ein paar Teams kommen und sich so einen Spieler wünschen in dem System. Er ist ein 3-4 Defensive Tackle Kandidat. Er kann nicht nur 4-3 Defensive End spielen. Er kann auch ein 3-4 Defensive End spielen. Heißt, wenn du deine beiden Edge-Rusher da draußen hast, kann er eine von den Defensive End Positionen in der 3-4. Das heißt Defensive End. Aber das ist eine Defensive Tackle Körpergröße. Und ich glaube, da ist er so vielfältig einfach. Er kann jetzt in der 4-3 spielen oder sogar als 3-Technik. Oder in der 3-4 einfach die Fünfer-Technik über den Tackle. Sozusagen den Defensive End in der 3-4. Genau. Also ich denke, da werden ein paar Teams trotzdem auch, wenn die sagen, weil ich habe auch im Mock-Draft schon erzählt, Jared Allen hat damals auch nur 17 Mal die 100 Kilo gedrückt. Hat auch, weiß ich nicht. Ein bisschen besser gelaufen und hat sich besser bewegt. Ja. Aber der Chief hat auch gezeigt, dass er ein Hall of Famer, einer meiner Lieblings-Defense-Fans in der NFL-Historie. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht nur basierend, was AJ Epinesi gemacht hat bei der Combine, ihn sozusagen das alles wieder zerstören, was er sich über die drei Jahre aufgebaut hat. Deswegen ist er meine Nummer 3. Okay. Meine Nummer 3 ist jetzt, und eigentlich ist er eine Nummer 2, genau wie Gross-Mathos, weil wenn du einen Outside-Linebacker willst, ist er die Nummer 2. Ich musste jetzt 2 und 3 vergeben, weil ich wollte auch nicht so ein fishy Ding. Beide sind Nummer 2. Sondern hab dann gesagt, ey, ich würde eher ein 4-3-Defense-Wett nehmen. Aber wenn du ein 3-4-Defense-Defense-Edge-Spieler haben willst, Caillovar und Jason die Nummer 2. Bei mir ist er die Nummer 3. Selber Level wie Gross Martos, müssen wir nicht drüber reden. Du hast über ihn gesprochen, seine Stärken. Für mich, was du schon gesagt hast, gegen den Lauf, der wird gegen den Lauf ab und zu overpowered, aber das ist auch klar, er ist ein super Athlet, im Dropback, kann eine Zone spielen. Was ich noch geschrieben habe, ich weiß gar nicht mehr, welches Game Tape ich gesehen habe, ich habe mir aufgeschrieben, Deadly Inside Spin. Alter Schwede, der schlägt dich mit Speed, klar, weil er so eine Rakete ist und dann kommt dieser Beikontakt, dieser Spin Move inside und der ist tödlich. Und das ist das, was, glaube ich, viele Scouts exciten wird, zu sagen, uh, der Typ kann in Space spielen, der kann rennen, der kann einen Running Back coveren, kann eine Zone coveren und dann ist er auch noch ein exzellenter Passrusher, also Kalevan, Chasen, physisch. Du hast alles gesagt, meine Nummer 3, wenn du ein 3-4-Typ bist, ist er wahrscheinlich die Nummer 2 auf dem Board. Kommen wir zu meiner Nummer 4. Meine Nummer 4 ist deine Nummer 3. Weil, ähm, du hast es gesagt, AJ Epenesa, ey, dieser Name macht mich verrückt. Ha, Pummel. Samoa, aus Samoa. Ähm, Heidewitzka, der Typ hat, du hast es gesagt, war ultraproduktiv, 2019 war nicht ganz so produktiv wie 2018, aber immer noch Double-Digit-Sacks, ähm, 6 Fuß 5, ne, und 275 Pfund. Du hast es perfekt gesagt, der Typ ist kein, ist, ist athletisch limitiert, in der Hüfte ein bisschen steif, ist kein Speedrusher, aber du siehst, wie effektiv er ist mit seinen Händen, Swipe, Power, dann der Club and Rip. Der Typ hat auch vor allem, ähm, für viele, die Football nur als Fan kennen, hast du mit, 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 mit Parley-Spielern zusammengespielt, also Hawaii, Samoa, Tonga? Ja. Du weißt, du weißt, was ich meine, ey, die Jungs sind mental auf dem Feld, wenn die den Helm aufsetzen, Samoa, Tonga, Hawaii, aber besonders Samoa und Tonga. Ja, äh, Kriegerinstinkt. Guck mal, Warrior Mentality steht hier und das siehst du in seinem Spiel, dass der, der hat nicht die besten Hüften, die besten Füße, ist, ist nicht so giftet wie ein Chase Young oder wie ein Gross Martos, aber der Typ hat die Mentalität und diese, diese, diese Gewalt, sag ich jetzt mal, in sich, weil es eine, äh, die haben, die haben eine kriegerische Mentalität und deshalb mag ich ihn so gerne, auch wenn er nicht so gut getestet hat, weil du hast es gesagt, er ist so ein Tweener zwischen Defensive End und einer Three-Technik. Ich zeig's nochmal, ich zeig's nochmal hier auch, in der 3-4. Ist er, ist er so ein Tweener und wenn du jemanden hast, so wie Derek Wolfe zum Beispiel, ist auch so ein Typ, der, der über dem Tackle-Spiel noch einen Pass-Rusher outside hat, aber dennoch Pass-Rush-Ability hat, das ist genau das, was du willst und wenn du dann, wenn du, also für mich ist er auch ein 3-4-Defensive End und die, die, die Defenses in der NFL spielen so viel Sub-Package, wo du dann so oder so, ähm, dein 3-4-Defensive End runterslidest in eine 3 über den Guard und dann mit den beiden Outside-Linebackern Outside als Pass-Rusher spielst, den einen Defensive End oder mit beiden Defensive Ends dann, äh, die ja so Tweener sind, die packst du über die Guards, jetzt hast du vier gute Pass-Rusher, da ist AJ genau der Richtige und ich glaube, mit seiner Mentalität und seiner Arbeitsmoral passt das zusammen. Hast du übrigens gesehen, der Typ hat, äh, war es im College-Basketball über 1000 Punkte gemacht? War es College oder Highschool? Ich glaube sogar College, der Typ ist ein richtig guter, ich glaube in der Highschool. Ein Basketballer kann danken, also der Typ ist jetzt kein, 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 wenn wir sagen, der ist athletisch nicht so giftet, mit wem vergleicht man ihn, ne? Hast du jemanden? Weil ich habe jemanden im Kopf. Achso, nein, ich meine jetzt, wir vergleichen den natürlich mit Chase Young, aber der ist Top of the Pops. Klar bist du, sagt man, ja, der ist nicht Calevon Chasen, der ist auch nicht Chase Young oder Gross Martos, aber das sind auch Tip-Top-Athleten, die vom großen Gasförmigen alles in die Wiege gelegt bekommen haben. Der ist immer noch ein brutaler Athlet und übrigens, wenn du 5-0 oder 5-0-5 auf 40 Yards mit 125 Kilo läufst, bist du ein verdammter Athlet. Das ist wirklich, ey, das ist, das tut immer diesen Spielern weh, ne? Weil die anderen einfach leichter sind und einfach komplette Athleten sind und manchmal was ganz anderes besser können, ne? Und dafür kann AJ Epeneser ein paar andere Sachen besser, vor allem gegen den Lauf kann er besser spielen als ein Calevon Chasen. Weil er erinnert mich an, weißt du, an wen er mich erinnert? Cameron Hayward von den Pittsburgh Steelers. Ja. Ihn in den 3-4, lass ihn von dort drinnen ein bisschen pass rushen. Ich glaube, er wird trotzdem in der ersten Runde gehen. So, bei mir ist jetzt die Nummer 4 dran. Bei mir habe ich Gross Martos von Penn State, der deine Nummer 2 ist. Wie du hast das alles auch schon gesagt, Potenzial, er ist noch roh, er war produktiv. Und was ich noch richtig geil bei ihm fand, wenn er der rechte Defensive-Vend ist, ja, wir gucken jetzt sozusagen, wir sind auf der Defensive-Seite und sind der rechte Defensive-Vend und der Lauf geht weg. Heißt, dein Offensive-Liner blockt runter und der Lauf geht auf die andere Seite. Ey, wie viele Plays, wie viele Plays, wie schnell er da reagiert. Ey, ich habe gerade so gespuckt, ne? Ich hoffe, das hat man nicht gesehen in der Kamera. Das ist okay. Der rennt da so schnell runter und reagiert so schnell, dass er so viele Tackles dahinter der Line of Scrimmage macht. Das sieht man einfach, wenn man sich das Spiel anguckt. Er hat lange Arme, er ist ein High-Moder-Guy. Das heißt einfach wirklich, wenn der Ball gesnappt wird, rennt der wirklich, bis der Spielzug vorbei ist. Das sind andere Defensive-Vend. Das war mein Riesending aus dem College raus, wo die LFL-Scouts mich zerstört haben. Weil ich dachte so, ach, der Typ da drüben macht schon den Play und ich bin immer nur so, weißt du, noch hinterher gejoggt. Sagst du, du warst faul. Du warst faul. Ja, ich war produktiv und war eher hinter den Sex her, als sozusagen, oder den Lauf auf meiner Seite, als den Lauf auf der anderen Seite. Fünf. Warum habe ich ihn bei Nummer vier? Ach so. Warte, 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 warum habe ich ihn bei Nummer vier? Ja, ich muss doch kurz erklären, was ich gesehen habe. Ach so, ja, komm, hau raus. Ey, ich habe ja ein bisschen Defensive-Vend gespielt, ne? Ein bisschen. Wo ich ein bisschen, er ist mega athletisch, er ist mega athletisch, aber sein Pass-Rush, er ist nicht immer der Schnellste mit seinem Get-Off. Und ich weiß einfach, dass, ich meine, ich habe mit Pro-Ballern trainiert, Robert Mathis, andere Jungs in der Off-Season. Ey, und alle, was die besten Spieler machen, die besten Pass-Ruscher, Get-Off. Die sind der Erste. Guckt es euch an, wenn ihr Game-Pass habt und ihr könnt hin und her spulen oder wie auch immer. Guckt euch die Liner-Scrimmage an. Welcher von den vier Defensive-Linern oder drei ist der Erste, der sich immer bewegt und sozusagen sogar schneller bewegt, als vielleicht der Offensive-Liner, der vor ihm ist. Und das ist einfach, das kann man nicht beibringen, bin ich ganz ehrlich. Das hat man einfach, einfach diese Antizipation, ne? Das fehlt bei ihm. Das fehlt bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein, er hat, dafür macht er andere Sachen richtig gut und macht auch wieder gut mit seinem Closing-Speed. Sobald er, wenn er in Fahrt kommt, ist er mega schnell. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen weit unten, weil auch ein AJ Penezer hat einen besseren Get-Off oder Antizipation, was ich ganz ehrlich erkläre, als je Tor groß macht. Aber Moment, jetzt muss ich dazu was sagen. Das ist ja das, was ich, ich habe gesehen, dass du siehst solche Flaws, Get-Off spielt, wo du sagst, ey, der ist so ein Athlet, warum sehe ich nicht mehr Fast-Twitch? Und dann siehst du Plays, das ist ja, wenn du nicht die Highlight guckst, sondern alles, dann siehst du Plays, wo du sagst, ey, der Get-Off, der Typ explodiert, Inside-Move ist im Backfield und die Offensive-Line steht noch da und schnürt sich die Schuhe zu. Also deshalb glaube ich, da ist eine Menge Potenzial, weil du weißt auch nicht, wer sein Coach war, ich habe keine Ahnung. Hast du gesehen, was er für eine Story hat, persönlich? Ja, es ist eine unglaubliche Story mit seinem Vater. Sein Bruder. Müssen wir mal einen Podcast. Sein Bruder. Ich dachte, es wäre sein Vater. Pass auf, sein Vater, als er zwei war, mit ihm auf dem Boot ertrunken. Dann hat die Mutter nach ein paar Jahren neu geheiratet. Und deshalb hat er auch den Namen von seinem nächsten Vater, Marthos, als Zweitnamen übernommen. Und der hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht, der war zwei Jahre älter als er. Und die beiden waren Thunder Buddies for Life. Und als, glaube ich, er zehn war, die haben Baseball gespielt, wurde er auf dem Platz vor seinen Augen vom Blitz getroffen. Und hast du das gesehen, wie er davon erzählt hat? Fleisch, Blut, es roch nach Gefühlen. Das haben wir, das haben wir, wir haben das doch erklärt, wo wir ein Penn State Spiel kommentiert, da hatten wir doch so eine Mats da drüber. Aber ey, wie geht, ja, brutal. Er hat das gesehen, er hat ja erzählt, dass er immer noch, freu mich davon an. Ey, ey, ich weiß nicht. Lass uns zurückkommen, wer ist deine Nummer fünf? Aber pass, was ich noch sagen wollte, bei ihm noch so eine kleine Schwachstelle. Er ist nicht konstant in jedem Spiel. In manchen Spielen hast du das Gefühl, dass der gar nicht da ist. Da ist er einfach, ein Defensive man muss natürlich nicht das ganze Spiel lang 110.000 Sacks haben. Aber auch wenn du keinen Sack auf dem Stat-Sheet hast, musst du eigentlich konstant jedes Spiel, wenn du ein Top-Dog sein möchtest, Pressure aufbauen. Und da sind ein paar Spiele, ich habe das erste Spiel wieder angeklickt und dann sagst du, uff, das ist kein gutes Spiel, ihn gerade zu evaluieren. Weil basierend nur auf diesem einen Spiel würdest du niemals sagen, genau, ist einfach so. Also deswegen guckt man sich auch meistens eigentlich, die Scouts, glaubt mir, die gucken sich 10.000 Spiele an. So, nächster. Aber Moment, 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 Chase Young, sagen ja auch einige, oh, am Ende der Saison ist er nicht aufgetaucht, hat er nicht geliefert, weil er keine Sacks hatte. Ja, bei Clemson im Spiel, aber glaubt mir, der hat in fast jedem Spiel abgeliefert. Der Typ ist konstant gewesen. Chase Young ist ein Monster. Komm, fünf. Nummer fünf. Da habe ich mich schwer getan, da habe ich mich entschieden für Curtis Weaver von Boise State. Oh, das kleine dickliche Chubby Checker? Ja, weil, ja, das ist genau der Nachteil, weil du es schon gesagt hast. Barney looks sloppy. Er sieht natürlich nicht aus wie der perfekte Outside Linebacker Pass Rusher. Dafür ist aber trotzdem, er sieht nicht so aus, aber ist eigentlich athletisch und... Get off. Wir haben vom High Motor. Get off. Get off, aber High Motor. Ey, das ist unfassbar. Er wird gecuttet, ne? Der Offenseleiter springt ihn in die Beine. Boom, steht sofort auf. Boom, rennt sofort weiter. Ey, und das so an- und ausknopft, ne? Der hat keinen Ausknopf. Der geht die ganze Zeit, das Spiel geht an, drückt den Knopf, geht an, bis zum Ende des Spiels rennt der da rum. Und das ist unfassbar und das zeigt auch natürlich in seiner Statistik, 47,5 Tackle for loss, 34 Sacks in drei Jahren. Jetzt muss man aber auch sagen, mit den Tackle for loss, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erklärt haben, im College zählt ein Sack auch als ein Tackle for loss. Deswegen sind die manchmal höher. In der NFL ist das separat. Heißt, wenn du einen Quarterback-Sack hast, zählt das nicht automatisch als Tackle for loss. Also, er ist super produktiv. Meine ersten vier, denke ich, gehen in der ersten Runde. Und dann kommen die ganzen Zweitrunden-Picks, Drittrunden-Picks. Und da waren noch ein paar andere, die ich eigentlich auf die fünf packen konnte. Aber Curtis Weaver, der, auch wenn er ein bisschen sloppy aussieht, der ist ein echt guter Football-Spieler. Okay, Curtis Weaver habe ich mir natürlich auch angeguckt, sechs Fuß fünf, glaube ich, 250, 60 Pfund und in der Mitte echt ein bisschen weich. Aber du hast es gesagt. Ein bisschen, so wie ich, ein bisschen Bauch gerade. Aber Get-Off und Produktion, hier ist das Problem, ich glaube, der ist so ein, es gibt manchmal Jungs, die sehen nicht danach aus, aber sind einfach Football-Player. Und der ist genau der Typ. Ich glaube aber, im Draft ist dann doch vielleicht noch der ein oder andere da mit mehr Potenzial, der vor ihm geht. Und meiner zum Beispiel ist Terrell Lewis von Alabama. Shit, sechs fünf, zwei 60. Der hat übrigens fast dieselbe Size wie Chase Young. Hier ist der Unterschied. Von der Produktion müssen wir gar nicht reden. Erstmal war der 17 verletzt, hatte irgendwas mit seinem Arm, oh, richtig schlimm. Dann danach Kreuzband. Aber jetzt ist er zurückgekommen. Der Typ ist, hatte, glaube ich, sechseinhalb Sex, ja, sechseinhalb Sex. Und ist, ey, der spielt mit einem Murder-Speed, ne? Also als ich mir das Game-Tape angeguckt habe, habe ich gesagt, holy shit, ey. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber dadurch, die Verletzungen sind natürlich ein Concern. Weil ich glaube, hätte er 17, 18 konstant durchgespielt, wäre auf diesem Board potenziell auch höher. Am Start, weil seine Produktion eine ganz andere gewesen wäre. Also in Bezug darauf ist er vielleicht boom or bust, weil du nicht weißt, ah, Knie wieder heil. Ist er denn so produktiv? Aber, worauf ich hinaus wollte, fast dieselbe Size wie Chase Young. Aber Chase Young ist ein 4-3-Defensive-And. Terrell Lewis ist einer aufgrund seiner körperlichen Konstitution, wo du sagen kannst, hey, vielleicht ist er auch ein 3-4-Outside-Linebacker, so wie Jadavion Clowney, das auch spielen kann. Mehr ein Jack-Linebacker, der vielleicht auch mal droppt. Weil der hat auf jeden Fall die Athletik dafür. Was mir bei dem Sorgen macht, sind seine Beine, die fast zu lang sind. Kennst du das, wenn die nur so viel Oberkörper und der Rest Beine ist? Das ist ja bei Chase Young genauso. Ich kann Chase Young nicht in einer 3-4-Outside-Linebacker mit viel droppen. Er hat die Hüften dazu nicht. Nein, der ist im 4-3-Defensive. Aber Terrell Lewis hat extrem lange Beine. Fast schon zu lang. Wenn ihr euch den mal anguckt, wie gesagt, es gibt manchmal so Athleten, die haben einen mini kurzen Oberkörper und ganz lange Beine. Das macht natürlich, nichtsdestotrotz Richtungswechsel alles. Der Typ hat Quicks, Power-Explosion. Aber am Point of Attack gegen den Lauf sind so lange Beine manchmal echt hart. Da hat so ein Typ wie Epinesa, der einfach von der Konstitution her kürzere Beine und dickere Beine hat, hat der natürlich einen ganz anderen Winkel und Leverage im Laufspiel dagegen zu halten. Wenn du so lange geraten hast, ist es echt tough als Defensive End oder als Edge Washer. Aber der ist für mich aufgrund seiner Athletik und das Potenzial, was er hat, der Top-Kandidat für Boom or Bust, weil verletzt er sich oder nicht, ist seine Kurve weiter so, wie sie jetzt im letzten Jahr im College war, dann hat der Typ eine Menge Potenzial, echt ein Surprise zu sein, wo du sagst, oh Mensch, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Jetzt hat er Double-Digit-Sacks in der NFL. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, wie gesagt, was ist mit Verletzung und wird seine Curve weiter so nach oben gehen? Aber für mich ist er die Nummer 5, weil mit Curtis Weaver aufgrund der physischen Konstitution, der ist ja beim Combine auch nicht gelaufen. Warum wohl? Ich warte für den Pro-Day, da bin ich noch ein bisschen besser drauf. Aber es haben sehr viele dieses Jahr. Ja, aber bei ihm war es auch ein smarter Move, weil seine Produktion ist so gut. Warum das Ganze ruinieren, wenn du weißt, du bist ein bisschen sloppy in der Mitte und läufst nur eine 5-1? Hey, ist doch okay, mach doch nicht meine Nummer 5 fertig. Nein, hey, das ist ein guter Spieler und wir wissen nicht, vielleicht ist der auf einmal Rookie of the Year und wir sagen alle, hey, Chase Young, who the fuck is Chase Young? Der Wackelpeter Weaver gibt richtig Gas und hat 12-6. So, wir wissen es nicht, aber das ist meine Nummer 5. Ja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch, wir brauchen so eine kleine Taktik-Schulung und nicht so sehr Taktik, sondern ein bisschen Verständnis, was 3-4, was 4-3, was ist Sub-Package, was bedeutet das, welches Personal geht rein und raus und all solche Geschichten. Ja, mach die, mach Pandoras Box jetzt nicht auf. Er will, ey, ihr wisst gar nicht, wie viel Mühe der sich gegeben hat, damit das so aussieht, ne? Immer wenn er bei Randwasch malen und schnell malen muss, sieht das aus wie Kinder malen nach Zahn. Ja, ey, wenn ich unter Zeitdruck bin, ey, das ist vorbei. Also, let's go. So, das war's mit den Top 5 Edge-Spielern von uns. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Top 5 Interior Defensive Linemen. Bis dahin macht es gut. Björn Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Tschö, mädö. Bis zum nächsten Mal.